Was? Oh, geh ich nicht mal. Wieso? Weil die haben voll Angst, was ist das? Liegt. Nein, wo ist der Tod? Liegt. Ey, Ivy ist der Tod. Nein, ist in der Ruhr tot. Geh, mate, der Tod. Beide in. Ey, mate, ich kann nicht weg. Hättest du auch da irgendwo Z vielleicht? Ja, der wär auch weg. Ich komm mal, ich komm mal, mate. Du musst entdecken Z. Äh, geh einfach Ivy rein. Geh Ivy. Hey, sie kann mich doch erstmal entdecken, Alter. Leid denn? Passt. Ich hab für dich gelegt, kannst du da gammeln? Oh, ich hab erst mit dem Projekt. Sieh Kontakt auf mich, wenn er kommt. Kann aktuell nur CT kommen. Hauptgrundlinie von Ivy. Ja, äh, pass auf, dass du nicht zu PopDoc offen stehst. Ist der? Set. Habe. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Der rennt weg. Das war auch wieder lustig. Sie tuttet, äh, was ist das hier? Aber in und schieben sogar nach innen so. Voll zurück, keine Ahnung. Hast du das gesehen? Hast du ja gesehen? Ja, okay, ich hab ja gesehen, das ist ein Connector. Ja, das wäre gesehen. Was? Was? Ja, die Sache ist, dass der Innen-Connector steht und nicht Außen-Connector. Brauchst du doch? Nee. Geh mal direkt in der Mitte und schau, PopDocke. Und da hast du's gesehen. Hat jeder gesehen, weil ich alle kill, also jeder Viewer hat's sowieso gesehen. Auch die, die bei mir drauf waren, weil ich auf die drauf war. So, ja, das wollte ich doch wissen. Ich hab Z gesmockt. Ausfahrt, oben Ausfahrt. Noch eine ID. Und Flash on the Connector. Halt mich los, beide. Noch eine ID? Down. Der war auch noch low. Ey, hab ich ein AIM heute. Ich sag, ich war schon hier zum 26. aber es ist auch heute so einfach. Ach, Peachy, deine Map hier. Seh ich grad erst. Ja, oder? Läuft? Hier kann man gut auf LMS spielen. Wow! Ey, du kannst das überhaupt nicht übersteuern. Ey, du kannst das überhaupt nicht übersteuern. Das ist so schön. Er selbst auf LMS 50 hier. Molo 1, Spot in Flash durch diese Motor Heimer. Oh fuck, Smolo kommt nicht. Demo. Connector Blast. Pushen in, die pushen in. Kling für euch. Also danke für diese wunderschöne Smoke. Geil, oder? High wie einer durch. Boah, der wird genossen, Alter. Wer auch. Danke, Mann, danke. Keimgelem, der hat geschweckt. Keimgelem, der hat geschwäßt. Ja, diemışthin genetzt. Na, sterben. Na, sterben. Remp, brrr. Man ist das lange, äh, wir, blablabla, 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 blablabla. Wir haben auch noch einen Fleck da. Uns halt nicht, wir haben uns da. Hab ich gebollot uns heute. Ich hab keine Ahnung was das für eine Fläsche ist. Komm! Fläsche den. Ivy raus. Wie Glück, Mann. Der ist hier in der Grünen. Der ist hier in der Grünen. Noch einer. Noch einer. Ich dachte, da wird durch die sich noch einer kohlen. Ich dachte, noch eine Ivy. Ja, sorry, nee, weil Jens meinte letzter, das hab ich nur noch einer gesagt. Da liegt eine M3 noch auf dem Boden, bevor irgendjemand kauft. Ich nehme die, okay. Ja, Gott sei Dank. Warte, hier. Dann kommt die Abre. Ich glaube, die Mama Ramona, ich nehme die M3. Der gleiche Spin, mate. So, nice. Was ist denn denn da? Es liegt weg, ja. Ich dachte, das wäre eine Scholli, die andere. Oh, Lektor, einer pusht schon. Elektro und einer ist netter down. Elektro noch die M1. Einer down. Hat der nicht gerade jemand auf uns geschossen, oder war das nicht? Ivy, glaube ich. Wo ist der Ivy? Ich bin am hacken, Alter. Ich habe schon wieder dreimal so einen Tool Shop quasi. Ja, vor allem. Ich sehe den halt nicht. Aber du hast den Shader an. Ey, mach mal. Fake, die ersten drei gehen dann von Mitte raus. Wir gehen mit Bombe in, warum man die Bombe hat. Warum sollen wir nicht so weitermachen? Die haben gar keine Chance. Ja, nimm mal die Bombe an. Ja, nur wenn ihr die tötet. Ich habe mich befragt. Ansonsten lässt gerade einer außen und der andere lässt den Pop wieder hoch. Und wir warten. Wir stehen dann in. Komm einfach rein, weil wir auf den Punkt kommen. Der Track fällt ja echt viel fest und wir werden auch noch viele Leute mitlaufen. Connector? Soll ich ja blocken? Ja, ich bin halt da. Irgendwer läuft hier die ganze Form nicht. Hättet ihr auf mich gehört, hätten wir die runter holen. Einer ist Ivy. Ist oben auf dem Zug. Ist Pop was? Weißt du, wo das was ist? Ich sehe den nicht. Ne, Pop nichts. Weißt du, Connector. Wer schießt? Noch einer Connector. Meine Maus nicht bewegen, weil er ein einziges zu hoch liegt, Alter. Moffa, ich habe 16k. Ich brauche jetzt mal eine Arme. Mann, das ist doch klar. Wenn wir das die ganze Zeit machen, dass die Viert langsam in stehen. Aber hättet ihr es gerade mit mir gemacht, hätten wir die Runde geholt. Ganz außen. Ja, außen. Und vier Ausnahmen für die Sportart. Geh ich groß mit Ava. Denzel bist immer so unfassbar toxic. Oh, ich bin zu fett. Platz eins. Wenigstens merkst du es endlich. Ey, da steht aber eine Ava auf der großen. Ich krieg die AWP nicht mit E. Ich bin mad. Kannst du mich einfach nur klein decken? Jo. Und dann eine P-Verbot. Es ist ein P-Verbot. Es ist ein P-Verbot. Es ist ein P-Verbot. Es ist ein P-Verbot. Ey, mate. Hast du, wenn das auch mal so laut, ey. Mal leid, aber ein Mate war einfach auf meinem Kopf. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach ja. Einfach wieder raus und komm. Digga, Alter. Hast du Monster ab? Der hast ja gerade gesagt, ein Chicken-Langels mit Käse-Zipp, Alter. Das ist ja die Biele. Ich hab auch irgendwie geil, ja. Das war schon mal dein Capuchy. Eine Ivy, glaube ich. Eine Ivy, glaube ich. Eine Ivy. Einfach blauer, blauer. Ja, eine Ivy. Ach, ich geh da allein durch. Däh. Ich wollte den Molo smalten. Auf grün 2. Was ist so klar? Dead down. Ivy war noch eine Habe. Hinterspot. Wer lacht? Hinterspot. Ein Zutstopper da, ja. Hinterspot. Der fällt nicht. Was sind das jetzt? Vier ABPs oder so spielen? Nein. Und einer pusht immer vor Ivy. Ja, wenn ihr wollt, dann smog ich euch Ivy hinten ab. Ja, mach. Immer Ivy durch. Einer smog sein wird, ich smog Ivy hinten ab. Wollen wir schleichen oder? Ja, dauert ein bisschen. Loll. Wo hat er? Auf rot. Loll! Oh, oh. Das war nicht der letzte Habe gehabt im Titel. Im Hof springen, alter. Connector einer. Ne, doch nicht. Hinterspot. Einer auf grün hinten noch. Hinterspot einer. Allein. Ey, wie kann der nicht fallen? Alter Schwede. Nicht so was hast du, ne? Moment. Bek der TS grad eigentlich hatte oder den hast du? TS. Wir müssen kaufen. Hört nochmal in. Probieren. Let's go! Ja, Mannschaft war halt nicht, wie sowas reingeht, Sammy. Das sah schon gehackt aus, ey. Hoch springen einfach so einen Roundshot gegeben. Vielleicht gleich poppt der einmal runter. War richtig komisch. Aber gleich bitte inenden. Weißt kaum. Komm. Scheiß smoke im Ivy. Auf blau, auf blau. Komm mal her. Das ist mein Baumann Tower hier. Werfen nichts raus. Werfen nichts raus. Komm hier hin. Ich hab jetzt gleich einen for free. Jetzt geh ich raus. Ivy. Vor Ivy rechts.